Willkommen zu meiner Vorlesung über Morphologie. Das ist jetzt die dritte Woche. Es geht um Wortklassen. Wir fangen an. Wie immer erstmal der Überblick. Wörter und Wortklassen. Als erstes fragen wir mal, was Wörter überhaupt sein sollen. Und geben da eine sehr pragmatische Antwort. Wir unterscheiden dann das lexikalische Wort und die Wortform. Und können dann eigentlich darüber nachdenken, was Wortklassen eigentlich sein sollen. Ich werde die Bedeutungsklassen, mit denen man z.B. in der Schule gerne Wortarten definiert, von meinem Wortklassenbegriff unterscheiden. Und wir reden dann speziell darüber, wie bestimmte Wortklassen sich morphologisch definieren lassen. Wichtige Wortklassen, über die wir reden werden, sind die Nomina, also Substantive, Adjektive, Pronomina und Artikel, Verben, Präpositionen, Adverben und so weiter. Was sind jetzt Wörter? Was sollen Wörter sein? Wir haben schon über Ebenen gesprochen und auf diesen Ebenen gibt es jeweils Einheiten. Also wir haben eine Kombinatorik von Wortbestandteilen und von Wörtern. Was soll das heißen? Also, wenn Sie sich so eine Form anschauen wie Staates, die besteht aus einem Stamm, Staat, Sie wissen ja jetzt, was ein Stamm ist, und einem Affix S. Das ist ein Genitiv. Sie können dieses S aber nicht mit Tür z.B. kombinieren. Da steht das Sternchen vor. Das heißt, das ist eine ungrammatische Struktur. Die Grammatik des Deutschen gibt die so nicht her. Warum nicht? Naja, weil Tür ein Femininum ist und da der Genitiv-Singular anders, nämlich beim Substantiv ganz ohne Endung gebildet wird. Das ist Kombinatorik von Wortbestandteilen. Wenn Sie sich jetzt sowas anschauen wie der Satz ist eine grammatische Einheit, naja, die Satz ist eine grammatische Einheit, das geht auch nicht. Das heißt, hier haben wir zwar Wörter des Deutschen, aber die sind auf eine Weise kombiniert, wie man sie nicht kombinieren darf. Und wir sehen also, es gibt diese zwei Ebenen, die sich relativ gut trennen lassen, Wortbestandteile und Wörter. Jetzt können wir fragen, ob denn alle diese Wörter, mit denen wir es da zu tun haben, die wir aus den Bestandteilen zusammenbauen und die wir dann miteinander zu setzen oder Phrasen und dann zu setzen, kombinieren, ob die alle eine Bedeutung haben. Und da schauen wir jetzt einfach hier mal wieder Beispiele an. Es wird schon wieder früh dunkel. Ja, haben diese Wörter alle eine Bedeutung? Christine denkt, dass es bald regnen wird. Adriana hat gestern den Keller inspiziert. Camilla und Emma sehen sich die Fotos an. Hier sehen wir, farblich unterschiedlich markiert, Wörter, die eindeutig Bedeutung tragen. Woran erkennen wir das? Wir können uns, wenn wir das Wort hören, etwas darunter vorstellen. In der wirklichen Welt, wenn wir das jetzt einfach mal so platt sagen. Wir haben eine Vorstellung davon, was dunkel ist, was früh ist, was denken bedeutet, bald regnen und so weiter. Bei schon und vor allem bei wieder, da wird es schon sehr schwierig. Die sind hier blau markiert als funktionstragende Wörter. Wenn Sie das hören oder hat oder und, dann haben Sie dazu keine Vorstellung. Das sind Wörter, die eigentlich erst interessant werden, wenn wir eine Sprache haben. Die anderen Wörter, die hängen mit Konzepten zusammen, die wir im Kopf haben, unabhängig, sehr wahrscheinlich, wenn Sie mich fragen, von den Wörtern. Und die Wörter beziehen sich auf diese Konzepte. Aber bei und und es und wird und wahrscheinlich auch bei schon, da haben wir keine Vorstellung dazu. Die haben keine Bedeutung. Das sind Funktionswörter. Ja, und dann haben wir noch die Eigennamen. Die sind hier grün. Die gehen irgendwie auch nochmal extra. Die haben nicht wirklich eine Bedeutung, sondern die sagen ja einfach nur, ich bin ein Etikett für irgendeine Person. Und das machen weder die Funktionswörter noch die bedeutungstragenden Wörter. Das ist eigentlich eine dritte Klasse. So, das heißt, nicht alle Wörter haben eine Bedeutung. Wir haben eben schon über diese Kombinatorik gesprochen, von Wortbestandteilen und von Wörtern. Jetzt gucken wir das nochmal genauer an. Die Morphologie, das haben wir ja schon besprochen in den letzten Wochen, ist die Lehre von der Kombinatorik der Wortbestandteile. Und da haben wir dann zum Beispiel Effekte, wenn wir zwei Arten von Wortbestandteilen, nämlich zum Beispiel hier einen Stamm und einen Affix, rot mit dem Komparativ Affix R kombinieren, dann brauchen wir zum Beispiel Umlaut auf dem Stamm. Das heißt, hier sagt uns die Kombinatorik noch mehr darüber aus, wie die einzelnen Bestandteile aussehen müssen, als dass wir einfach nur diese Bestandteile aneinander hängen. Der eine verlangt plötzlich eine besondere Form des anderen. Und zwar der Nichtstamm verlangt eine besondere Form des Stamms. Oder wir haben Ablautphänomene, wo je nach Funktion des konkreten Wortes, also ob das Präsenz zum Beispiel ist oder Präteritum, wir hier unterschiedliche Stammformen haben. Heben, Hob, das ist was anderes als Umlaut. Wir gehen auf den Unterschied hier nicht so richtig ein. Das gehört so ein bisschen in die Morphophonologie. Die Kombinatorik für Wörter ist dann eben die Syntax. Und wir können jetzt einfach sagen und fragen, ist das dann zirkulär? Naja gut, also die Lehre der Kombinatorik für Wortbestandteile, das ist die Morphologie. Und wenn die Morphologie fertig ist, kommt die Syntax und das, was die Morphologie baut und die Syntax dann weiter zusammenbaut zu größeren Einheiten, das sind die Wörter. Fertig. Da haben wir die Wörter, weil es zwei Sätze von Gesetzmäßigkeiten gibt, die Morphologischen und die Syntaktischen. Die einen bauen die Wörter, die anderen verwenden die Wörter weiter. Ja, ist das jetzt leer? Nein, würde ich sagen, denn wir haben ja im Grunde in allen Bereichen der Linguistik die Idee, dass sobald es Einheiten gibt, für die bestimmte Regularitäten gelten, für die es also eine Grammatik gibt, dann bilden die eigene Strukturen. Genauso wie laute Silben bilden, na gut, laute lassen sich nicht beliebig zusammensetzen, da gibt es dann Regularitäten, die sagen, dass die nur in bestimmten Sequenzen kommen dürfen, das sind die Sequenzen, die wir zum Beispiel Silben nennen. Na gut, also gibt es Silben. Sie spielen irgendwo eine Rolle, sie tauchen einfach auf, sie sind emergent. Und jetzt haben die natürlich Eigenschaften, die man verwenden kann, um ganz klar auch zwischen, in den meisten Fällen, ganz klar zwischen Morphologie und Syntax zu trennen, bis auf bizarre Grenzfälle steht hier. Nämlich zum Beispiel, dass morphologische Prozesse Dinge erzeugen, Wörter erzeugen, die dann nicht mehr trennbar sind. Also hebt, können wir nicht trennen. Wenn wir versuchen, das zu trennen, hebt mit mühet, also wir schieben da was ein, natürlich geht das nicht. Gehobenheit, wir können auch nicht gehoben und dann anspruchsvolle dazwischenheit, wir können da gar nichts einfügen. Sie können jetzt gerne noch rumprobieren, aber Sie finden kein Wort, was Sie bei Gehobenheit einfach dazwischen packen können. Sie geht schnell heim, schnell geht sie heim. Na gut, da haben wir Syntax. Das heißt, wenn die Wörter einmal fertig sind, wenn die Morphologie fertig ist und Wörter produziert hat, die wir dann in der Syntax einsetzen, dann können wir diese Wörter plötzlich relativ frei zueinander bewegen. Wir können auch Dinge dazwischen stellen und so weiter und so weiter. Das heißt, wir sehen hier, es gibt diese zwei Mengen von Gesetzmäßigkeiten und die eine hört auf, dann sind die Wörter fertig, die andere fängt an. Dann bauen wir Sätze und Phrasen und so weiter. So, das ist also erstmal jetzt ganz pragmatisch die Definition des Wortes. Jetzt habe ich schon gesagt, wir wollen Wort und Wortform unterscheiden. Das heißt, jetzt müssen wir innerhalb der Wörter nochmal zwei Unterkategorien unterscheiden. Das ist aber eigentlich ganz einfach. Also, der Tisch, den Tisch, Sie kennen diese Reihen jetzt schon, dem Tische, wenn Sie das so bilden wollen, sonst machen wir dem Tisch, des Tisches, die Tische und so weiter. Den Tischen. Und wenn wir jetzt überlegen, die Wörter, die wir hier oben produziert haben, durch Anhängen von bestimmten Affixen an den Stammtisch, wie können wir die einsetzen? Der Tisch ist voll hässlich. Da brauchen wir diese Form hier, den Nominativ. Ich kaufe den Tisch nicht. Wir brauchen den Akkusativ. Jetzt ist das bei Tisch so, dass Nominativ und Akkusativ Singular genau gleich aussehen. Trotzdem gibt es einen Nominativ und einen Singular. Denn an anderen Stellen würde man hier vielleicht durchaus einen Formenunterschied sehen. Das heißt, an diesen Leerstellen, die wir hier im Satz haben, können wir nur bestimmte Kasusformen einsetzen. Schauen wir weiter. Wir speisten am Tisch, Tische des Bundespräsidenten. Da würden wir den Dativ einsetzen. Der Preis des Tisches ist eine Unverschämtheit. Und die Tische kosten nur noch die Hälfte. Mit den Tischen können wir nichts mehr anfangen. Da muss dann hier der Dativ Plural rein. Hier der Nominativ Plural. Also was wir sehen ist, dass wir zwar hier es offensichtlich mit Formen eines Wortes zu tun haben. Die haben ja alle denselben Stamm. Die haben alle einen Stamm, der Tisch bedeutet. Also der die Bedeutung hat, die das Wort Tisch eben hat. Und je nachdem, welche Änderungen da dran kommen, können die in bestimmten Kontexten, ich würde sogar sagen, je nachdem, welche Werte die Merkmale dieser Worte haben, die dann eventuell mit Formänderungen einhergehen, eingesetzt werden. Wir haben also hier einerseits diese ganzen Formen zusammen, die natürlich das definieren, was wir zum Beispiel in ein Lexikon oder Wörterbuch eintragen würden. Das Wort Tisch. Aber alle diese Formen sind Wortformen dieses einen Worts. Das ist schon eigentlich alles. Als Definition können wir jetzt sagen, dass die Wortform oder auch das syntaktische oder grammatische Wort, da gibt es verschiedene Terminologien, das ist eine in syntaktischen Strukturen auftretende und in diesen syntaktischen Strukturen nicht weiter zu unterteilende Einheit. Ganz einfach. Das lexikalische Wort ist eine Repräsentation von solchen zusammengehörigen Wortformen. Und für die lexikalischen Wörter sind die Werte nur für die Merkmale spezifiziert, die eben in allen Formen, in allen Wortformen dieses Wortes identisch sind. Das heißt, die Bedeutung vom Tisch ist in allen Formen, Casus Numerus Formen des Wortes identisch. Das heißt, bei dem lexikalischen Wort sage ich zum Beispiel nur, was die Bedeutung ist, was die Wortklasse ist. Vielleicht erinnert Sie das daran. Das sind die statischen Merkmale. Und damit kommen wir zur Klassifikation von lexikalischen Wörtern. Denn genau das tun wir, wenn wir Wortklassen bilden. Wir stecken lexikalische Wörter in bestimmte Klassen. Und wie machen wir das? Was ist die Methode? Sie kennen jetzt die klassischen Wortarten aus der Grundschuldidaktik. Da haben wir das Hauptwort, Dingwort, Gegenstandswort, das Zeitwort oder Tunwort, das Eigenschaftswort, Beiwort, Wiewort, das sind die Adjektive, das Umstandswort, das sind die Adverben. Und dazu dann die passenden Vermittlungsversuche. Das geht jetzt hier natürlich ein bisschen in eine Karikatur über, aber Sie verzeihen mir das wahrscheinlich. Dann kann man sowas versuchen wie, ja, Dingwörter, das sind die Wörter, die du anfassen kannst. Das ist natürlich ganz falsch. Gemeint ist was anderes. Gemeint ist vielleicht, die ontologischen Referenten von Substantiven sind physikalische Objekte. Das ist auch falsch. Katatonisch, dann hätten wir zum Beispiel das Wie-Wort, da sagt man dann, naja, das sind die Wörter, nach denen du mit Wie fragen kannst. Wie ist die Kanzlerin? Katatonisch zum Beispiel wäre dann die Antwort. Damit ist katatonisch ein Adjektiv. So geht die Logik. Passt auch nicht, wie wir gleich sehen. Das Tunwort, das ist das, wo man mit Was tut XY oder Was macht XY fragen kann. Also, was macht oder tut Johanna? Laufen. Demnach muss laufen ein Verb sein, ein Tunwort. Das Umstandswort, damit fragt man nach Umständen von Handlungen. Wie, wo oder warum? Schläft Johanna ruhig, also ist ruhig ein Adverb, also Umstandswort. Aber auch irgendwie ein Wie-Wort. Okay, das werden wir schon irgendwie auseinander sortiert bekommen. Naja, und die Frage ist ja, warum sollen wir das nicht so machen? Und wie gesagt, jetzt kommt es ein bisschen parodistisch. Die Frage ist ja, anfassen, ja, was können wir anfassen? Wolken, beim Bergsteigen kann das schon mal passieren, dass man irgendwie Wolken greifen kann, irgendwie. Ideen kann man nicht anfassen. Steckdosen und Rasierklingen sollte man nicht anfassen. Jedenfalls nicht in der Grundschule, wenn man so alt ist, wie man in der Grundschule eben ist. Jetzt gibt es auch Adjektive, wo das mit dem Wie halt leider nicht funktioniert. Wie ist die Kanzlerin? Die Kanzlerin ist ehemalig. Nein, das geht einfach nicht. Warum eigentlich nicht? Ehemalig ist kein Wie-Wort. Ist es jetzt kein Adjektiv? Hm. Auf die Frage, was tut oder macht Johanna, könnten wir auch so Antworten bekommen wie Hausaufgaben. Und dann haben wir die Situation, dass das ein Substantiv ist. Also eigentlich ein Hauptwort, Dingwort, Gegenstandswort. Was tut Johanna? Und dann ist die Frage, was antworte ich denn jetzt? Verlaufen, sich verlaufen, unterliegen. Fällt ihm was auf? Das tut die überhaupt nicht. Alle diese Dinge tut oder macht man gar nicht, weil man das nicht willentlich tut. Das passiert einem und dann ist man meistens verärgert, weil man sich nicht verlaufen wollte. Und weil man nicht in einem Wettkampf unterliegen wollte. Und wir haben sowas wie, was macht oder tut das Joghurt? Verschimmeln. Sie sehen, auch das tut das Joghurt nicht wirklich willentlich. Und damit wird es plötzlich sehr komisch zu sagen, das Joghurt macht das. Das ist irgendwie total seltsam. Also es funktioniert auch nicht richtig. Und die Umstandswörter, wenn wir fragen, wie schläft Johanna? Und wollen dann Adverben damit ermitteln. Ja, erstaunlicherweise ist ein Adverb. Ganz erstaunlicherweise ist es das. Kann man aber nicht so erfragen. Kann man auch nicht mit wo oder warum erfragen. Es gibt überhaupt keine W-Frage, die dazu passt. Also ist das jetzt kein Adverb oder wie? Und hier sehen Sie jetzt nur etwas überspitzt in einigen Fällen Beispiele dafür, dass das so nicht funktioniert. Diese ganze definitorische Arbeit, die man da in der Grundschule leistet, die steht auf einer methodisch sehr schwachen Basis. Jetzt könnten wir fragen, na gut, wenn wir das so machen könnten, könnten wir jetzt nicht auch neue Wortklassen definieren? Ich mache einfach mal ein paar Vorschläge. Wir könnten Adverbtypen unterspezifizieren. Wie, wo und warum. Warum sind das eigentlich nicht drei Wortarten? Ja, das sind jetzt die Umstandswörter, mit denen kann man wie, wo oder warum Fragen beantworten. Aber warum sind das nicht drei? Okay, Verbtypen, wir könnten Verbtypen unterklassifizieren. Wir könnten sagen, naja, Bewegungsverben, Laufen, Springen, Fahren, Zustandsverben, Duften, Wohnen, Liegen. Oder wir könnten Substantivklassen aufmachen. Konkreter, das sind die Sachen, die man anfassen kann. Hausbuch, Blume, Stier, beim Stier schon wieder Vorsicht mit dem Anfassen. Abstrakter, Konzept, Glaube, Wunder, Kausalität, alles Dinge, die man nicht anfassen kann. Warum trennen wir das nicht? Dann würden ja vielleicht diese Fragetechniken aus der Grundschule auch irgendwann funktionieren, wenn wir das alles so aufdröseln würden. Könnten dann auch Zählsubstantive, Kumquatsch, Studentin, Mikrobe, Kneipe, von den Stoffsubstantiven Wasser, Wein, Zement, Mehl trennen. Ja, das machen wir irgendwie dann nicht und man weiß eigentlich nicht warum. Und deswegen machen wir das hier anders. Wir fangen an und überlegen uns, wie können wir morphologisch klassifizieren. Und wieder Beispiele. Ich pfeife, du pfeifst, die Schiedsrichterin pfeift. Hier haben wir drei Formen von pfeifen. Ich schlafe, du schläfst, die Schiedsrichterin schläft. Hier haben wir drei Formen von schlafen und da haben wir eine zusätzliche Formveränderung im Stamm. In der zweiten und dritten Person, Singular, Präsenz, Indikativ, bekommen wir diesen komischen Umlaut. Das machen manche Verben im Deutschen. Und hier haben wir der Berg, des Berges die Berge, Kasusformen und Numerusformen von Berg und Mensch, Menschen, Menschen. Sie kennen die Formen schon aus der letzten Vorlesung. Das sind jetzt dieselben Formen von dem Wort Mensch. Warum zeige ich Ihnen jetzt schon wieder solche Formen? Na gut, was wir hier sehen ist, wir haben hier bestimmte Formen, nämlich die erste, die zweite und die dritte Person, Singular, Präsenz, Indikativ, von pfeifen. Und die Formen von schlafen werden ein bisschen anders gebildet. Aber es gibt diese drei Formen. Es gibt von beiden Verben, weil es eben Verben sind, eine erste Person, eine zweite Person, eine dritte Person. Das heißt, diese Formen existieren von jedem Verb. Sie werden gegebenenfalls unterschiedlich gebildet, aber es gibt sie. Und genauso ist das hier. Es gibt diese drei und es gibt sogar mehr Kasus, Numerusformen von jedem Substantiv. Die werden hier anders gebildet, obwohl es beides maskuliner zum Beispiel sind. Das macht nichts. Aber es gibt einen Nominativ, Genitiv, Singular und es gibt eine Pluralform. Und über das Vorhandensein solcher Formen kann man eben diese Wörter unterscheiden in Substantive und Verben. Bei der morphologischen Klassifikation können wir also jetzt Wörter in Kategorien einordnen, je nachdem, welche Merkmale und Formen sie haben. Verben haben Numerus, Person, Tempus, Substantive haben Numerus, Genus, Person. Haben Substantive, Person, sind die alle immer dritte Person oder irgendwie gar nicht? Da können wir vielleicht nochmal in Ruhe drüber reden. Wir sehen also einige Merkmale haben beide Wortklassen. Verben und Substantive haben beide Numerus, aber Verben haben eben Person und Tempus und Substantive haben Genus und vielleicht Person. Auf jeden Fall Tempus und Genus haben nicht beide Wortklassen. Wir haben schon darüber gesprochen, es gibt Änderungen der Wortklassen, Zugehörigkeit von Wörtern. Das ist dann, wenn wir Wortbildung haben. Wir sind des Wanderns müde und wir wandern. Dann haben wir beide Male hier wandern in irgendeiner Form. Gut, aber hier ist es ein Substantiv und hier ein Verb. Das heißt, hier hat das ganze Genus, hier hat es Tempus. Und das sind dann aber eben auch zwei lexikalische Wörter. Da haben sich statische Merkmale geändert. Das ist Wortbildung und damit haben wir zwei verschiedene lexikalische Wörter. Und die müssen auch beide unabhängig voneinander in eine Wortklasse gesteckt werden. Und zwar hier eben in unterschiedliche Wortklassen. Zwei verschiedene lexikalische Wörter. Wandern hat Numerus Genus und so weiter. Wandern als Verb hat Numerus Personentempus und so weiter. Sind zwei verschiedene Wörter. Und auf dem Vorhandensein von solchen Merkmalen oder eben Nichtvorhandensein basiert die Methode, nach der wir Wörter in Wortklassen einteilen. Und zwar lexikalische Wörter. Das ist die Filtermethode. Kategorien definiert über Merkmale und Werte. Wir können fragen, hat ein Wort ein Numerus-Merkmal? Hat es Genus? Und so weiter. Und dann bekommen wir, wenn wir diese Frage jeweils beantworten, immer Ja und Nein, je nachdem welches Wort das ist. Und dann können wir es in zwei Töpfe einteilen. Nämlich die mit Numerus, Ja, Nein. Die mit Genus, Ja, Nein. Und so weiter. Und dann sehen wir, wir können die Wörter mit der ersten Frage unterteilen in die flektierbaren und die nicht flektierbaren. Das heißt, die beugbaren und die nicht beugbaren. Wir sehen gleich, warum das auch eigentlich sehr sinnvoll ist für das Deutsche. Und wenn wir die flektierbaren haben, können wir fragen, ist es finit flektierbar? Also hat es Tempus zum Beispiel? Wenn Ja, dann ist es ein Verb. Wenn Nein, dann ist es ein Nomen. Und dann könnten wir die Nomina weiter unterklassifizieren. Und genauso könnten wir das auf der anderen Seite machen, bei den nicht flektierbaren. Wir könnten fragen zum Beispiel, hat das Wort Valenz und Kasusrektion? Da kommen wir nochmal drauf. Wenn Ja, dann ist es eine Präposition. Es gibt keine anderen nicht flektierbaren Wörter, die Valenz und Kasusrektion haben. Wenn Nein, dann müssen wir weiterschauen. Und so können wir einen ganzen Baum aufmachen. Und im Buch sehen Sie auch den ganzen Baum für die üblichen Wortarten, Wortklassen, die man so annimmt. Und das geht wunderbar auf Basis dieser formalen Merkmale. Und wir können immer fragen, hat es das Merkmal oder verhält es sich so und so, das Wort? Wenn Ja, dann so. Wenn Nein, dann so. Und dann am Ende kriegen wir für jedes Wort eine Bestimmung der Wortklasse. Jetzt schauen wir uns einfach ein paar Wortklassen mal an. Flektierbare Wörter. Das haben Sie eben schon gesehen. Flektierbare Wörter sind die, die ein Numerusmerkmal haben. Tüte, Tüten, Singular, Plural. Baum, Bäume. Ich gehe, wir gehen. Völlig identische Merkmalsausstattungen, Ausstattungen bis auf, dass das hier Singular ist und das ist Plural, erste Person und so weiter. Du gehst, ihr geht. Genauso für die zweite Person, nur durch Singular und Plural unterschieden. Tempus ist identisch und so weiter. Diese Wörter haben alle Numerus. Ein roter Apfel hängt am Baum, rote Äpfel hängen am Baum. Hier sehen wir, dass Numerus bei Nomina und bei Verben zusammenhängt. Weil das Verb und sein Subjekt im selben Numerus stehen müssen. Das haben wir schon mal illustriert. Und hier ist es dann eben Plural, dann ändert sich aber auch die Verbform. Das heißt, Apfel und hängt und Äpfel und hängen müssen übereinstimmen. Und das ist eigentlich dann auch der Punkt, warum Numerus so ein gutes Merkmal ist, um die flektierbaren Wortklassen im Deutschen von allem anderen zu trennen. Und sie wissen auch schon, dass dann hier ein und roter mit Apfel übereinstimmen müssen und roter mit Äpfel und deswegen besteht Übereinstimmung sowohl zwischen dem Verb als auch diesen ganzen Nomina, die dann unter anderem von diesem Substantiv Apfel abhängen. Und deswegen ist als sogenanntes Konkurrenzmerkmal Numerus sehr gut motiviert, um es als definierendes Merkmal zu nehmen für alle flektierbaren Wortklassen. Das sind alle flektierbaren Wortklassen hier im Prinzip. Artikel, Pronomina, Adjektive, Substantive, Verben. Und sie sehen, dass in einer bestimmten syntaktischen Konstruktion, in einer bestimmten Struktur, die alle übereinstimmen müssen in Numerus. Und deswegen müssen sie alle ein Numerusmerkmal haben. Oder deswegen haben sie zumindest eins. Und deswegen ist es extrem sinnvoll, das zu nehmen. Das ist nicht einfach nur so eine zufällige Geschichte. Naja, alle flektierbaren Wörter haben eben Numerus im Deutschen. Nehmen wir das als Definitionskriterium. Ne, ne. Das liegt daran, dass die eben auch strukturell in Sätzen so zusammenhängen. Jetzt haben Sie vielleicht schon gemerkt und sich gewundert, dass ich Substantive und Nomina unterscheide. Sie haben das eventuell anders gelernt. Und hören das auch anders in der Verwendung. Viele sagen einfach zu Hauptwörtern Nomina. Und ich sage zu Hauptwörtern Substantive. Und die Nomina sind eine größere Gruppe eigentlich. Warum? Schauen wir wieder Beispiele an. Die stärkste Gewichtheberin wurde Weltmeisterin. Der stärkste Versuch war der zweite. Das höchste Gewicht wurde von Tatjana gerissen. Hier haben wir nochmal illustriert, dass hier die Substantive und die kongruierenden Adjektive und Artikelwörter in solchen Nominalfrasen nebeneinander stehen. Die Frage ist einerseits, warum sage ich, das sind alles Nomina und warum sage ich dann, ja, aber das sind innerhalb der Nomina die Substantive. Und mit warum meine ich jetzt nur, welches ist das definierende Kriterium. Und das ist relativ einfach. Die Substantive hier in Orange haben alle ein nicht veränderbares Genus. Gewichtheberin Versuch Gewicht sind Femininum, Maskulinum, Neutrum. Und das sind sie immer. Alle Formen dieser lexikalischen Wörter haben immer, es sind statische Merkmale, diese Numerus, diese Werte für ihr Genusmerkmal. Und bei den anderen ist das nicht so. Bei den anderen Nomina, Artikel, Pronomina und Adjektive, besteht ja immer gerade Genuskongruenz mit dem Substantiv. Das heißt, die müssen sich nach den Orange markierten, hier Orange markierten Substantiven richten in ihrem Genus. Das heißt, sie müssen es ändern können. Und genau damit trennt man die Substantive von den anderen Nomina. Ja so, jetzt müssen wir noch vielleicht die Adjektive konkret rauslösen aus dieser Gruppe der Artikelwörter, also Artikel, Pronomina und Adjektive. Wie machen wir das? Das ist auch ganz einfach. Die haben jetzt alle dieselben Merkmalsausstattungen im Prinzip, aber es gibt eben doch Unterschiede. Schauen wir mal. Gestern wurde kein guter Espresso serviert. Gestern wurde der gute Espresso serviert. Sie sehen hier einen Formunterschied. Warum eigentlich? Das sind beides Nominativ-Singular-Formen von diesem Adjektiv. Und weil Espresso maskulin ist, sind das auch maskuline Formen. Warum sind die Formen nicht identisch? Warum gibt es hier für dieselbe Merkmals- und Wertekombination zwei verschiedene Formen? Das ist doch seltsam. Ja, gestern wurden keine guten Espressi serviert, gestern wurden die guten Espressi serviert und gestern wurden gute Espressi serviert. Fällt Ihnen wieder was auf? Guten, guten, gute. Aber wieder gilt, die Werte der Merkmale sind bei diesen drei Beispielen für die Adjektive jeweils völlig identisch. Warum haben wir zwei verschiedene Formen? Naja, das liegt so ein bisschen daran, dass wir zwar uns hier nach dem Genus von Espresso richten und nach dem Numerus, hier im Plural, dass aber davor andere Wörter stehen, andere Artikel. Und je nachdem, was davor steht, ob da ein Indefiniter, ein Definiter oder kein Artikel davor steht, können sich die Formen der Adjektive ändern. Und das machen nur Adjektive. Daran können wir Adjektive erkennen. Sie haben diese komischen Formen oder diese komische Variation bei ihren Formen, je nachdem, was für ein Artikelwort davor steht. Das ist hier die gesamte Übersicht. Wir kommen da noch ausführlich drauf zu sprechen in vier, fünf, sechs Wochen. Da reden wir darüber, dass ich der Ansicht bin, mit vielen anderen auch, dass dieses Formenraster nicht nötig ist. Wir können das stark vereinfachen. Aber hier würden Sie theoretisch, wenn Sie sich das genau ansehen, eine Übersicht bekommen über diese möglichen Formen, über die sogenannte Stärkeflexion der Adjektive. Man nennt das stark schwach gemischt. Wie gesagt, wir kommen da noch drauf. Und damit kann man die Adjektive von den Artikel- und Pronomina unterscheiden. Machen wir das auch schon. Jetzt müssten wir vielleicht noch Artikel- und Pronomina unterscheiden. Das machen wir erst, wenn wir dann ausführlich über diese beiden Wortklassen reden. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall schon flektierende Wortklassen von allem anderen abgetrennt. Wir haben die Verben und die Nomina getrennt innerhalb der flektierenden Wörter und die Nomina unterdifferenziert in Substantive, Adjektive und nach dem Rest, also Artikel und Pronomina. Jetzt können wir auf der anderen Seite natürlich fragen, die nicht flektierbaren Wortklassen, wie können wir die noch weiter unterteilen? Und da sehen wir Präpositionen, gehören ja zu den nicht flektierenden Wörtern und die haben aber ein weiteres Merkmal, nämlich sie regieren Kasus und das tun sonst keine anderen nicht flektierbaren Wörter. Mit dem kaputten Rasen ist nichts mehr anzufangen. Wenn sie mit haben, muss die Nominalfrase danach im Dativ stehen. Da haben wir schon drüber gesprochen. Angesichts des kaputten Rasens, wenn sie angesichts haben, muss die Nominalfrase danach im Genitiv stehen. Und das geht immer so weiter, wenn sie Präpositionen nehmen, die sind alle so, die verlangen eine Nominalfrase, fast immer eine Nominalfrase. Und sie bestimmen den Kasus dieser Nominalfrase. Und das ist jetzt erstmal nur die Definition von Rektion, die haben wir schon mal illustriert, da gehe ich jetzt ein bisschen drüber weg. Präpositionen sind kasusregierende, nicht flektierende Wörter, die eine obligatorische Nominalfrase verlangen. Also genau solche Wörter hier. Jetzt haben wir natürlich bei den nicht flektierbaren Wortklassen erstmal nur die Präpositionen von dem Rest abgetrennt. Da ist ja auch noch Struktur drin in dieser Restklasse. Und wir schauen uns Komplementierer an. Die kennen Sie wahrscheinlich unter dem Namen unterordnende Konjunktion. Ich glaube, dass dieser Nebensatz ein Verb enthält. Während die Spielzeit läuft, zählt jedes Tor. Es fällt Ihnen schwer zu laufen. Und obwohl kein Tor fiel. Punkt. Also hier geht was nicht. Und wir gucken jetzt mal, was ist eigentlich hier? Wo sind die Komplementierer, sagen wir so? Das ist zum Beispiel einer. Und wenn Sie mal schauen, das ist ja hier ein Nebensatz. Da steht das und dann ganz hinten ein finites Verb. So finden Sie Komplementierer in syntaktischen Strukturen wieder. Das ist ein Nebensatz. Und es beginnt mit einem nicht flektierbaren Wort. Das ist der Komplementierer und endet mit einem finiten Verb. Das gleiche können Sie dann mit während machen. Während die Spielzeit läuft. Während und läuft rahmen den Nebensatz sozusagen ein. Zählt jedes Tor. Und hier haben Sie was anderes. Das ist quasi hier nur zur Illustration, was jetzt eigentlich kein Komplementierer ist. Nämlich zu zum Beispiel. Weil es keinen Nebensatz einrahmt mit einem finiten Verb. Im Gegenteil, das ist ein infinites Verb. Das flektiert nicht nach Tempus. Das heißt, hier haben Sie keinen Komplementierer. Und obwohl wäre zwar ein Komplementierer. Und Sie haben dann hier auch ein finites Verb am Ende des Nebensatzes. Aber das illustriert, was ein Nebensatz ist. Das ist nämlich ein vollständiger, ansonsten vollständiger Satz. Der eingeleitet wird durch einen Komplementierer in dem Fall. Und der nicht alleine stehen kann. Das illustriert eigentlich jetzt hier nur nochmal, was ein Nebensatz ist. Komplementierer leiten Nebensätze ein. Und die Rede von unterordneten Konjunktionen ist ungeschickt. Falls Sie das gelernt haben, das ist ungeschickt. Denn Konjunktionen sind eigentlich was anderes. Wir haben bei den nicht flektierbaren Wörtern bisher getrennt, die Präpositionen und dann die Komplementierer. Jetzt gibt es da natürlich noch eine Menge andere. Und Sie erinnern sich vielleicht, naja gut, wir haben von Adverben gesprochen. Wie finden wir denn jetzt Adverben unter diesen anderen nicht flektierbaren Wörtern? Und dazu schauen wir uns an, wo die syntaktisch stehen können. Das ist jetzt keine morphologisch motivierte Klassifikation mehr. Das geht ja auch nicht bei nicht flektierenden Wörtern. Wir schauen uns jetzt an, wie die sich syntaktisch verhalten. Und da sehen wir gleich, Adverben können im Vorfeld stehen. Ja, und da kommt jetzt, wie gesagt, dieser Begriff Vorfeld rein. Den benutzen wir erstmal nur ganz informell, ohne in die Theorie, in Anführungsstrichen, dahinter einzuführen. Und fragen erstmal, was steht eigentlich im unabhängigen Aussagesatz im Deutschen am Satzanfang? Und da antworten Sie bitte nie mehr mit natürlich das Subjekt. Peter trifft Maria. Peter ist das Subjekt, steht vorne vor dem finiten Verb. Das stimmt aber so nicht. Also der Satz stimmt, der ist okay, aber Gestern hat der FCR Duisburg gewonnen. Gestern steht hier am Satzanfang. Ist ein Satzglied übrigens. Vor einem finiten Verb. Erfreulicherweise hat der FCR Duisburg gestern gewonnen. Erfreulicherweise ist nicht das Subjekt. Steht aber vorne im Satz vor dem finiten Verb. Oben finden wir andere Beispiele. Das ist genau dasselbe. Oben und oben ist nicht das Subjekt. Mit manchen Wörtern geht das aber eben nicht. Manchen nicht flektierbaren Wörtern, die weder ein Komplementierer noch eine Präposition sind, geht das nicht. Doch ist das aber nicht das Ende der Saison. Das ist ungrammatisch. Mit doch geht es nicht. Und mit und auch zum Beispiel nicht. Und ist die Saison zu Ende. Zumindest als Aussagesatz geht das nicht. Und da sehen wir und steht hier vor dem finiten Verb am Satzanfang. Aber da sollte es eigentlich nicht stehen. Doch kann an anderen Positionen stehen. Das ist aber doch nicht das Ende der Saison. Und Wörter, die zwar hier irgendwie im Satz hinten stehen können, aber nicht an diese Stelle hier vorne rücken können. Das sind keine Adverben. Die anderen sind Adverben. Adverben sind die übrig gebliebenen, nicht flektierbaren Wörter. Also keine Komplementierer, keine Präpositionen, die im Vorfeld stehen können. Und das Vorfeld ist diese komische Position hier vor dem finiten Verb. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, ich zeige die Methode und einige wichtige Wortklassen. Das habe ich jetzt getan. Wir könnten auch diesen ganzen Baum aus dem Buch uns anschauen. Das machen wir jetzt nicht im Detail. Da kommen neun Wortklassen raus und eine Klasse Restpartikeln. Das entspricht auch so ungefähr den Wortarten aus der Schule, nur völlig anders definiert. Das ist übrigens in Klausuren ganz wichtig, dass sie nicht mit irgendwelchem Wissen über Wortarten aus der Schule plötzlich argumentieren. Wir haben das ja gerade extra auf eine völlig neue Basis gestellt. Dann fragen wir doch jetzt mal abschließend, wie viele Wortklassen gibt es jetzt überhaupt wirklich? Sind das diese neun plus Rest? Ich habe eben schon gesagt, man könnte die restlichen Partikeln noch weiter unterdifferenzieren. Gut, also wir könnten auf der einen Seite sagen, jedes Wort ist ein Wort. Alle Wörter sind Wörter. Und wenn wir das als extrem nehmen, dann gäbe es eine Wortklasse. Wir können auf der anderen Seite natürlich feststellen, dass jedes Wort sogenannte idiosynkratische Eigenschaften hat oder individuelle Eigenschaften. Die Bedeutung von Wörtern unterscheidet sich oder die Wörter sind phonologisch unterschiedlich. Jedes Wort hat am Ende eigene Eigenschaften, aufgrund derer wir es als dieses Wort eben auch identifizieren können. Ja, und wenn wir das jetzt als extrem nehmen, dann könnten wir sagen, es gibt für jede Wortklasse ein Wort. Für jedes Wort eine Wortklasse. Naja, ist dasselbe. Und die Frage ist, wenn es diese beiden Extreme gibt, warum landen wir jetzt gerade bei neun? Das ist ja irgendwie eine scheinbar erstmal beliebige Zahl. Naja, da müssen wir uns überlegen, wozu wir Wortklassen überhaupt brauchen. Sie sind die Ausgangsbasis für unsere morphologischen und syntaktischen Betrachtungen und teilweise auch phonologische Betrachtungen. Denn sie erlauben es uns, Generalisierungen zu formulieren, die jetzt erstmal für alle Wörter einer Wortklasse gelten. Das heißt, ich brauche jetzt dann nicht jedes Adjektiv einzeln zu beschreiben. Ich kann ganz viele von den relevanten grammatischen Eigenschaften von Adjektiven eben dadurch einführen, dass ich sage alle Adjektive. So, dazu muss ich erstmal sagen, was alle Adjektive sind. Und dafür brauchen wir dann die Wortklassen. Das heißt, wir können die letztlich so fein unterteilen, wie wir das für unsere Grammatik, für unsere grammatische Beschreibung brauchen. Wenn wir es feiner brauchen, können wir es auch gerne feiner machen oder gröber. Das heißt aber auch, Wortklassen sind nicht universell. Es gibt vielleicht so sogenannte Prototypen für Wortklassen, das kann schon sein. Und die haben dann sogar was mit Semantik zu tun. Aber andere Sprachen und andere Beschreibungen erfordern eventuell eben auch eine andere Wortartenklassifikation. Sie sind also letztlich Einheiten unserer Theorie bzw. unserer konkreten Grammatik, die wir jetzt gerade annehmen. Das sollte man immer im Kopf behalten, wenn man sowas definiert. Was ist eigentlich der ontologische Status von dem, was wir da gerade definieren? Und damit machen wir zum Schluss noch einen kleinen Exkurs, der aber durchaus wichtig ist. Wir schauen nämlich mal, was in Schulbüchern zum Thema Wortklassen so geübt wird. Aus Alles klar für die siebte, achte Klasse. Das ist ein älteres Buch. Eine Übung, wo man in der siebten, achten Klasse wohlgemerkt, also jetzt nicht dritte, vierte Klasse, einen Lückentext hier vervollständigen soll mit Adjektiven aus dieser Randspalte. Und hier Traumhafte ist exemplarisch gelöst. Und man soll noch die Form anpassen. Und dann sehen wir hier Traumhafte Reisen mit den, ja suchen wir mal, besten Freunden vielleicht. Und setzen das alles da ein. Das ist jetzt erstmal keine schlechte Aufgabe. Die Aufgabe leistet das, was sie leistet. Man muss Adjektive einsetzen und immerhin in die richtige Form bringen. Ich würde aber sagen, dass gerade in der siebten, achten Klasse diese Aufgabe nicht optimal ist. Beziehungsweise, dass sie eigentlich nichts übt, was die Schüler nicht schon können. Und das liegt daran, was das hier für Adjektive sind. Unvergesslich, besten, bunt, spannend, Atemraum, toll, gemütlich, riesig, beheizt, nächtlich, groß, interessant. Da fehlen ganz viele Arten von Adjektiven. Ganz viele Arten von Adjektiven, die aber gerade bildungssprachlich besonders wichtig sind. Und die gerade die sind, die von Kindern in der siebten, achten Klasse noch nicht sowieso beherrscht werden. Unter Umständen. Gut, schön, toll, das können Kinder, grün auch und so weiter. Das können Kinder in der siebten, achten Klasse selbstverständlich. Die Adjektive, die ich Ihnen jetzt zeige und die alle nicht dabei waren, das wären vielleicht die, die man üben könnte. Also folgende Adjektivklassen fehlen nahezu vollständig in der Aufgabe. Intentionale Adjektive, der ehemalige Präsident oder die fiktive Gestalt fehlen. Phorische Adjektive, die obigen weiteren anderen Ausführungen, die im Text so nach oben, unten oder sonst wo verweisen, fehlen auch. Fällt Ihnen was auf? Das hier sind überwiegend Adjektive, die nicht prädikativ verwendbar sind. Sie können nicht sagen, wie war der Vorfall, der Vorfall war gestrig oder ist gestrig. Ja, und da sehen Sie auch schon, der Wie-Wort-Test, der basiert darauf, dass man ein Adjektiv prädikativ verwendet. Denn sonst kann ich nicht sagen, der Vorfall ist oder war gestrig. Blöd, denn viele Adjektive sind keine Wie-Wörter, sind keine Eigenschaftswörter und sind damit nicht prädikativ verwendbar. Das sind aber jetzt gerade die, die man in der siebten, achten Klasse vielleicht noch nicht kann und die man deswegen eigentlich üben sollte, um bildungssprachliche Fähigkeiten auszubilden. Sie sehen, also mit solchen Behelfsdefinitionen, die vermeintlich intuitiv sind, weil sie semantisch motiviert sind, kommt man eigentlich nicht weiter und man stellt sich damit eigentlich den Weg zu an vielen Stellen, um vernünftig über zum Beispiel Unterklassen von Wortklassen zu reden. Nächste Woche reden wir über so ein morphologisches Kernthema. Wir beginnen mit der Wortbildung und sprechen über Komposition. Da freue ich mich persönlich drauf, weil Komposition nicht zu komplex ist, aber sehr mächtig und gerade in der deutschen Sprache sehr, sehr, sehr wichtig. Deswegen, vielleicht schauen Sie schon mal vorher rein, auf jeden Fall dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, vielen Dank.